Yo Leute, was geht? Das ist nur eine kleine Info zu Life is Strange 1 Nicht wundern, da wird jetzt erstmal nichts mehr zu kommen weil ich kann es leider nicht fortführen Ich hatte das alles aufgenommen nur war irgendwie bei dem Videomaterial dann kein Ton und das ist natürlich echt scheiße und ich wollte es nochmal neu aufnehmen allerdings lässt sich Life is Strange nicht mehr starten nachdem ich das irgendwie deinstalliert ich hatte es deinstalliert, weil ich das halt durch hatte und hab schon bevor es Dom aufgenommen Allerdings habe ich das wieder installiert also Life is Strange 1 und ich kann es nicht mehr starten ich weiß nicht warum, also immer wenn ich starte schließe ich das wieder und das ist echt bescheuert Ja Ich habe keine Ahnung, ob ich das am besten fixen kann Also ich versuche es nochmal irgendwie aufzunehmen und es dann im Nachhinein nochmal hochzuladen aber im Moment habe ich da keine Möglichkeit Ja, das ist halt echt scheiße gerade Sorry Auf jeden Fall Ja, wird jetzt erstmal bevor es Daumen kommen und danach wird Life is Strange 2 kommen Ja Sorry Ja Ja, das war es eigentlich auch schon Ihr seht ja mein schönes Zimmer Da ist noch meine Klimaanlage noch ein Stuhl und so ein anderer Kackt-Kram Keine Ahnung Da steht noch eine Waage damit ich weiß, wie fett ich bin Ja, ich bin echt fett Äh, nee Ähm Ja Ich will das Video auch gar nicht so lange werden lassen Äh Haut rein, ja Wir sehen uns beim nächsten Video Und äh Ach ja, heute Abend bin ich live ne, auf Twitch So gegen 8, 19 Uhr Ne Einfach Karim Z Ich habe einfach außerdem meinen Namen geändert Deswegen heiße ich einfach da Karim Z Also bitte Schaut mal rein, ne Ciao, ciao